So meine lieben Freunde, Hallöchen Population und herzlich willkommen zurück zu Vampire Storm. Ich vollidiot. Folgendes, ich hab mal ganz kurz ein bisschen nachgeguckt und mein Wallner kann jetzt den Blick der Geister. Ich war noch so ein bisschen am durchlesen. Folgendermaßen, ähm, wir haben ja die Sprache der Elras gesehen. Ich Idiot. Dann teleportierst du dich in Wallners Zimmer, guckst hier rein, dann kommt so eine kurze Sequenz, ein Zauberbuch und der Wallner kann den Blick der Geister. Wo haben wir den? Hier, Blick der Geister. Zeitgeheimgänge für kurze Zeit. Den gibt's hier, aber nur wenn du die Sprache der Elras gelesen hast. Ich Idiot. So, ähm, ich würde gerne hier weitermachen, damit wir auch, ähm, weiterkommen. Ähm, ansonsten hab ich geguckt, die Städte, die ich bis jetzt alle so einigermaßen abgeklappert hab, sind soweit dann auch fertig. Ähm, ja, gucken wir grad hier weiter. Ähm, so, das ist die Stadt Iran. Erstmal mit allen Leuten, die ein bisschen quatschen, Herzschutz erhalten, pipapo, was haben wir denn hier? Hallo, was führt euch hierher? Bist ihr vielleicht etwas über unerforschte Höhlen oder so ähnlich? Nein, tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Alles klar, Dankeschön, trotzdem. Ähm, ja, was haben wir denn hier? Hallo, wie geht's? Hey, wieso soll's uns schon gehen? Hey, ich wollte bloß freundlich sein. Immerhin seid ihr es, die in mein Haus kommen sind. Ich hab eh keine Lust hier zu sein. Wir gehen wieder. Na, worauf wartet ihr dann los? Verschwindet. Ja, erst nochmal die Schränke ausräumen. Ähm, joa, was hast du denn uns zu quatschen? Hallo, was verschlägt euch in die kalte Gegend? Nur ein bisschen einfach nur neugierig, was die Stadt so zu bieten hat. Was die Stadt so zu bieten hat? Na ja, nicht viel. Ein paar Häuser, ein Pub, einige Läden. Naja, wir schauen uns mal um. Natürlich, ich halte euch nicht auf. Wenigstens mal einer, der ein bisschen entspannt an die Sache rangeht. Warte mal, war das hier der Fall? Ich meine, hier gab's irgendwo einen Laden. Hehehehe. Ich hab's gewusst. Das hab ich nicht nachgeguckt, ich schwöre. Hey, jeder, Finger weg. Alles klar. Was hast du denn hier? Was wollt ihr kaufen? Trank Blutfiliol oder Trank der Ewigkeit. Ja, warum nicht? Gut. Wir können natürlich noch die Sachen wegnehmen. Dann müsste ich den umwandeln. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Umwandeln oder klatschen oder was weiß ich. So, wollen wir mal gucken, ob die hier noch irgendwas haben. Ladenbesitzer dürfen uns natürlich nicht sehen, wenn wir hier die Sachen ausräumen. Sonst heulen sie rum. Nee, nee, klaut unsere Sachen nicht. Na gut, die haben eh nicht mehr. nix. So, was haben wir denn hier, Mutti? Hm? Hallo, wie habt ihr die allerfeinsten Rüstung? Ja, dann. Oh. Schmerzrüstung. Gleich mal drei Stücke gekauft. Schmerzhelm. Oh. Oh. Übel. Warte mal, ich müsste doch eigentlich genug haben. Ähm. Jo. Ich würde sagen, jetzt geht's aber hier los. Geil. Was haben wir denn hier an der feinsten Rüstung? Ähm. Kriegermantel. Kriegermantel. Der kann weg. Ähm. Kristallkrallen können weg. Kristallsäbel kann weg. Ähm. Schattenrüstung können alle drei weg. Geil. Ich muss aber nochmal zurück ins Schloss. Ich brauche unbedingt wieder Kohle. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch eine, nach der Schattenrüstung, dass es dann nochmal, dass es dann noch Schmerzrüstung gibt. Finde ich persönlich ja sehr geil. Ähm. Zuflucht ab ins Schloss. Äh. Ne, Kruft. So. Wir haben, müssten eigentlich genug da haben. 78.000. Das ist aber nicht viel. Aber na gut. Dann ist das halt so. Ähm. Wow. Da muss ich aber nochmal ran. Ähm. Kann ich irgendwas verkaufen vielleicht? Magiergürtel hat der Walner an. Mehr brauche ich nicht. Mystischer Ring. Den behalte ich mal. Herzschutz, Talisman, Blutschutzring. Der kann weg. Magierring kann weg. Schutzhelm behalte ich mal. Jetzt kaufe ich die Alley noch. Äh. Ja. Dann kriegt die Alley noch mal. Noch ein Schmerzhelm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jeweils nochmal richtig Geldprobleme hier kriege. Schattenhelm natürlich dreimal verkaufen. Ähm. Den kann ich weg. Normalerweise, ich könnte ja jetzt sagen, die weg. Aber ich meine, es sind auch nur 20.000. Ähm. Ist halt die Frage. Normalerweise würde ich sagen, nein. Weil offiziell müssten wir die Speichersteine ja so haben. Und ja, Speicherkristalle haben wir ja so an sich jetzt nicht. Puh. Puh. Hätte ich doch nicht so viele Tränke der Ewigkeit gekauft. Ähm. Bam, 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 bam. Aber ansonsten habe ich auch nicht so viel, was ich jetzt großartig verkaufen will. Gut. Das habe ich. Das habe ich. Ja. Jetzt eigentlich nur noch Schmerzschilder. Passt eigentlich ganz gut. So. Ähm. Jetzt kann eigentlich der Schattenschild verkauft werden. Und dann kann ich das Schmerzschild holen. Dann habe ich eigentlich alles. Ähm. 120 Verteidigung. Plus 10 Angriff. Plus 10 Geschick. Joa, das passt. So. Wollen wir mal gucken, ob du noch neue Rüstung hast. Ich glaube aber nicht, äh, neue Waffen. Bei den Waffen bin ich mir nicht ganz sicher. Weil ich glaube... Männer müsste ich ja sowieso noch für den Walnav und für den... und für die Elaine was kaufen. Hm. Nee. Gut. Dann habe ich mich wieder ausgerüstet. Aber ich bin pleite. Also fast pleite. Gut. Hab alles gefunden. Hallo. Habt ihr schon gehört? Angeblich gibt es Gespenster im Wald westlich von hier. Aber ich glaube nicht an solch einen Blödsinn. Gespenster. So, so. Ach, entschuldigt. Ich weiß gar nicht, wieso ich euch das erzählt habe. Ich glaube es ja einmal... Ich glaube es ja nicht einmal selber. Ach. Ich glaube weit westlich von hier. Sagt die das nochmal? Nee, ne? Hallo. Habt ihr schon gehört? An dem Wald westlich von hier. So, so. Alles klar. Ähm. Gut. Ich gucke einfach nochmal dem Komplettlöser nach. Um einfach nochmal so viel wie möglich mitzunehmen. Ähm. Ansonsten. Ja. Räume ich mal hier die Bude aus. Gucke mir das alles mal ein bisschen an. Äh. Alles eine stumpfsinnige Romane. Alles eine stumpfsinnige Romane. Hallo alter Mann. Hey. Ihr seid anscheinend neu hier. Auf jeden Fall kenne ich euer Gesichter doch nicht. Ganz recht. Wir sind neu in der Stadt. Ich empfehle euch die Berge zu besuchen. Die sind wirklich schön. Danke für den Tipp. Wir werden sie uns später mal anschauen. Unwichtige Literatur. Äh. Ja. Ich glaube der hat wirklich nur irgendein Büffel Mist hier rum. Eiern. Lederhelme halten. Super. Der macht mich richtig. Was gibt es? Äh. Wollten wir eigentlich gerade dich fragen. Also es gibt nicht zu viel erzählen. Ich mache halt täglich den Haushalt. Viel erlebe ich nicht gerade. Na. Dann lassen wir dich jetzt mal alleine. Hier stehen einige alte Bücher. Aber nichts davon ist wichtig. Ja. Gut. Auf der anderen Seite so kalt wie es hier ist. Ähm. Was will die Dame uns dann großartig erzählen? Da würde ich aber auch lieber Haushalt machen als rausgehen. Gut. Ähm. In einem der Schneemänner gibt es was zu finden. Na. Was bist du denn für ein Ninja? Ja. Wie findet ihr mein Kostüm? Das war zwar ziemlich teuer. Aber ich finde es sieht. Es ist wirklich herausragend. Ja. Eigentlich finde ich es ziemlich hässlich. Pfft. Ihr habt ja keine Ahnung. Das ist top chick. Na wenn du meinst. So. Ähm. Was haben wir hier. Oh. Sieht. Sehr detailreich. Hier liegen 400 Filat in einem Geldbeutel. Die nehmen wir mal. Ich glaube aber die können wir. Die müssen wir gebrauchen. Die brauchen wir glaube ich auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen nehme ich die mal mit. Heilstaub. Ansonsten. Ja. Machen wir. Ich kann mich noch an irgendeine komische Quest erinnern. Lügt hier einfach mal eine Orgel rum. Glaube ich zumindest, dass das eine Orgel sein soll. So. Du hast uns nichts zu sagen. Hallo. Ihr seht aus wie jemand. Dem ein paar gute Tipps nicht schaden könnten. Du hast also ein paar Tipps für uns. Ja. Zum Beispiel östlich im. Dass ich. Äh. Ja. So soll zum Beispiel östlich im Wald etwas merkwürdiges beobachtet werden. Östlich hier im Wald. Na dann werden wir mal vorbeischauen. Mach das. Ja. Östlich hier im Wald. So was merkwürdiges. Okay. 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 Aber vorher möchte ich gerne alles nochmal abklappern. Was haben wir hier? Einen Friedhof. Okay. Natürlich ist es auch wichtig. Oh du Ratte du. Ich will mit dir schwätzen. Ne. Macht besser keine Unruhe. Sonst muss ich euch leider aus der Stadt schmeißen. Ich denke nicht, dass das nötig sein wird. Bevor ich mich von dir rausschmeißen lasse, reiß ich dir den Kopf ab. Alles klar Aska. Bleib mal ganz ruhig. So. Hier ist der Gegenstand. Ah stimmt. Verpackten Gegenstand erhalten. Den dürfen wir nicht auspacken. Sonst geht das Ding nämlich kaputt. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Haltrang. Ja du bist ein. Ja wir haben uns eben gerade ausgerüstet. Ich glaube nicht, dass die uns jetzt großartig was zu verraten hat. Den Gegenstand müssen wir glaube ich nach Iranis, äh, Dingsbum zurückbringen. Was haben wir denn hier? Hey. Ihr seid bestimmt auch wegen der Wolkenmusiker hier oder? Puh. Was denn das? Das ist eine wirklich großartige Gruppe von Musikern aus Asteon. Sie spielen gerade hier im Pub. Hm. Schauen wir mal vorbei. Ich kann es jedenfalls nur empfehlen mal im Pub vorbeizuschauen. So. Ich glaube hier war das. Hm. Wenn ich nicht nur meinen Geldbeutel verlegen würde. Jetzt bin ich hier und habe kein Geld bei mir verflixt. Hm. Ihr seht wie ein paar ehrliche Leute aus. Würdet ihr mein Geld holen? Ich habe das Geld im Schrank gelassen. Es sind 400 Fila. Ihr würdet von mir 100 bekommen. Alles klar. Oh ich danke euch. Mein Haut liegt im Nordosten. Der Geldbeutel sollte in einem der Regale im Erdgeschoss liegen. Gut. Wir werden ihn suchen. Das Geld haben wir. Habt ihr mein Geld? Hm. Ja wir haben es. Wir sind ehrlich. Oh ich danke euch. Ich hatte euch ja 100 Fila versprochen. Da ihr aber so äh. Da ihr so ehrliche Leute seid, bekommt ihr 150 von mir. Folglich bekomme ich die restlichen 250 Fila von euch. Bitteschön. Geil. Super. Schön. Hat sich gelohnt. Wunderbar. So. Was wollt ihr von mir eigentlich? Nichts. Nichts. Warum belästigt ihr mich dann? Hm. Mangel an Kommunikation. So wie er aussieht. Ist es ja auch kein Wunder. Es würde mir viel Freude bereiten diesen Blöden an die Eingeweide rauszureißen. Haha. Schloch. Nein. 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 Wir gehen lieber. Hallo. Setz euch und genießt die Musik. Danke fürs Angebot. Aber wir schauen uns noch ein bisschen um. Macht das. Selange ihr keine Unruhe stiftet seid ihr hier willkommen. Wunderbar. Wir räumen dir nur dein Lager leer. Feuerringe halten. Hier stehen nur einige Bücher über Einnahmen und Ausgaben des Pubs. Ja. Nichts besonderes. Schön hier. So. Die sind am Updancen. Oh. Wie ich diese Musik liebe. Sie kommen ursprünglich aus Astion. Naja. Sie sind aber nicht allzu besonders. Also ich finde sie richtig gut. Das ist schön. Sie sind einfach super. Findet ihr nicht? Naja. Geht so. Wenn ihr ein anderes Lied hören wollt. Dann schmeißt einfach 10 Philae in die Schale links von der Treppe. Und die wechseln dann ihr Lied. Geil. Wie viel Musik für Stücke haben die denn? Geil. Joa. Das geht. Ja. Die Musik kenne ich. Die kommen später nochmal. Okay. Jetzt kommt nichts mehr Neues. So. Was haben wir denn hier oben? Nix. Gut. Gut. Klar. Ist ein Pub und wird wahrscheinlich auch ein Gasthaus sein. Speicherstein. What? Ein Speicherstein. Schön, 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 schön. So. Ähm. Joa. Joa. So. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Okay. Gut. War doch. Hat sich doch gelohnt. So. Müsste ich von hier. Warte mal. Hier gibt es doch auch noch irgendwo. Gibt es hier irgendwas? Ich meine... Das ist doch ein riesiges Haus. Gibt es hier nicht irgendwo noch eine Kirche? War ich hier oben schon? Will ich hier hoch? Ich meine, hier gäbe es noch irgendwo eine Kirche. Bevor ich den Wald östlich absuche. Aber irgendwie... Habe ich da jetzt nichts gefunden. Das ist der Pub. Hier komme ich wieder aus der Stadt raus. Hier gibt es auch irgendwo eine Kirche. Meine ich. Das ist ein Feld. Das ist ein Friedhof. Ist die Kirche da oben? War ich da schon drin? Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nee, hier war ich noch nicht. Seid bitte ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Wofür musst du dich denn konzentrieren? Um mit Gott zu reden. Und hat er dir schon geantwortet? Natürlich. Was soll die Frage? Ach, nur mal so. Gott existiert in allen von uns. Und er spricht mit uns. Und er hilft uns. Und verblödete kleine Schlampe. Ach, Aska. Ist die Menschen ihren Glauben. Lass mich bitte allein. Ich will beten. Na schön. Stört mich bitte nicht. Ich bete gerade. Entschuldige. Alles klar. So, hallo, Herr Pastor oder Pfarrer. Pastor. Ah, evangelisch. Ja, in der katholischen Kirche oder in der traditionellen Landeskirche sind es normalerweise Pfarrer. Und in den Gemeinden sind es Pastoren. Seid willkommen in unserer Kirche. In so schlimmen Zeiten muss man beten und hoffen. Wie so schlimme Zeiten. Ihr wisst es nicht. Nun, bedauerlicherweise gab es letzte Woche schon wieder ein Opfer. Ihr müsst wissen, dass wir ein Problem mit einer andersgläubigen Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft ist böse. Sehr, sehr böse. Sie haben schon wieder jemanden aus der Stadt entführt und wahrscheinlich im Namen ihres Gottes geopfert. Klingt ja nach einem wirklichen Problem. Ihr seid nicht zufällig in der Lage, diese Gruppe unschädlich zu machen? Ähm. Natürlich. Wirklich? Oh, euch schickt der Himmel. Ich kenne nicht ihren genauen Aufenthaltswort, aber vielleicht weiß einer der Stadtbewohner mehr. Solltet ihr sie wirklich vertreiben können, werde ich euch eine sehr seltene und wirklich wertvolle Rüstung geben, die schon seit langer Zeit im Besitz der Kirche ist. Sie ist ein Relikt des Heiligen Krieges. Wir werden mal schauen, ob wir sie finden können. Alles klar. Das wollte ich wissen. So, okay. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles abgegrast. Der junge Mann hat ja gesagt, hier im Waldöstlich, da ist was sehr Merkwürdiges. Hat er was Merkwürdiges gesehen? Der Pastor kann uns nicht wirklich weiterhelfen, aber der kann uns sagen, dass es da was Böses gibt. Ich glaube... So, ich meine hier irgendwo, östlich im Wald, hat er ja gesagt, dieser Junge. Oha! Warte mal, will ich hier was? Ja, warum nicht? Dämon beschwören, Dämon der Macht in der Stunde erwacht, Dämon beschwören. Hier scheint es ordentlich Auerbo Hauer zu sein. Bandenmitglied, ihr überrascht den Gegner. So, dann wird erst nochmal Blut gesaugt und dann... Ordentlich stark, muss man lassen. Boah, 550 pro Typ. Krasse Scheiße. So, ähm... Okay, weißt du was? Warte mal, Heiliger Sturm, Eisregen, Flammenmeer und Schattengeister. Ähm... Okay. So, Weiner sollte mal Blut saugen. Ansonsten... Alter Schwede! Der Dämon ist schon echt mächtig, Leute. Der macht auch gut Damage. Also nicht der Dämon, sondern die Bandmitglieder. Aber ich glaube, es war richtig gut, dass wir hier einen Dämon... Boah, da haben wir einen Dämon hier beschwört haben. Och, komm schon! Dämonen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter Ich meine Heiltrank, ja komm, passt Da oben gibt es jetzt nicht so viel Ich glaube, ich sollte eher den Blutspuren folgen Ja, überrasch den Gegner Ja, drauf, die Sau Aber die sind richtig mächtig Das ist, wow Ich bin froh, dass wir einigermaßen hohes Level haben Ich finde es schade, dass es keinen Timer gibt Wo wir Ich gucke jetzt gerade nochmal Ja, doch, ich bin auf dem richtigen Weg Ich habe mir für manche Sachen doch jetzt eine komplette Lesung Reingesucht Um einfach mal ein bisschen Das Let's Play ein bisschen voranzubringen Weil wir jetzt schon sehr lange keine Geschichte mehr hatten Und ich trotzdem viele Nebenquests mitnehmen möchte Von daher gucke ich immer so ein bisschen drüber Ähm, nicht bei allem Aber ich gucke dann So ein bisschen drüber ich da schon Von daher nimmt es mir nicht übel Gut, man muss der Blutspur folgen Okay, Angriff, Angriff, Angriff Und Schattengeister Mal gucken Ja, das hat so ein 50-50 Chance nehme ich an Der war noch gut Damage Ist wirklich so Alter Schwede Der Dämon ist gleich im Arsch Kann ich eigentlich den Dämon erneuern? Nee, kann ich nicht Überrasch den Gegner Das ist gut Ich werde gleich, bevor wir jetzt großartig Ja, der Dämon ist im Arsch Ich muss jetzt die Gruppe nochmal heilen Boah, das hätte ich jetzt nett gedacht Der muss Ja, super, gut Finde ich gut, dass der anfängt zu bluten Ja, wenn der sich jetzt mehr heilt Na, der ist kurz vorm Tod Sonst würde er sich nicht heilen Boah Boah So Fertigkeit Verwandlung Beschwörung Lösen Wo hab ich's denn? So, okay Der Asuka ist jetzt wieder am Leben So, Windflaschen So, ich bin da Okay Ähm Jetzt nochmal den Dämon beschwören Den man dann macht Und das stimmt, der wacht Super Sektenführer Und so war es unser Gotteswille Dass dieser Bärmische Seele ihr Ende fand Und doch Soll nicht das letzte Opfer bleiben Unser Gott Gargash Wünscht noch mindestens sechs weitere Opfer Für die Woche Und so werden wir schon morgen Wieder ein Opfer aus Iranis holen Ich schätze, dass hier ist die Sekte Von der der Passag Uah Sünder Verräter Gottesdasterer Töten wir sie Dann wollen wir mal Kommt her, ihr Lümmel Sektenmitglied Ähm Ach, komm, den greifen wir nochmal an Ich weiß nicht, ob der Wie stark gesehen Ich dachte, das wird jetzt so ein großer Gruppendingsbums Alter Schwede Verrecke So Lane macht nochmal die Lungs Heile Die hellen Dann würden mal Werde gleich von mir zerquetscht Ja, natürlich Geil So, Schattenstrahl Ähm Schatten-Explosion Kampfkraft der Gruppe Alter Angriff Easy Kein Schaden Okay Wenig Schaden Okay Aska Ähm Du machst mal Eissturm Alain Normal Angriff Und der Dämon Macht nochmal Rücken Ich schaffe Vielleicht habe ich ja Glück Nein, nicht betroffen Okay Okay Lichtexplosion Probiere ich mal Ähm Der macht kein Damage Das bedeutet Dunkle Schatten Du machst mal Eine völlige Reinigung Und der Dämon Greift mal an Super Schön, dass die Olle nichts mehr sehen kann Und die ist verflucht Geil Ich verfluche euch Oh, was für Originelle Letzten Wort Geil So Okay Ähm Ja Schattenherrschaft Ist eigentlich schon mal Ganz geil Dann Sind die Jungs Ganz glücklich Jawoll Ruhe im Karton Boah Die Sektenführerin War jetzt echt Ordentlich Muss man sagen Ich bin so froh Dass wir uns In Dämon geholt haben Das habe ich schon mal Öfters gesagt Beziehungsweise Ne, so häufig Habe ich das nicht gesagt Ich habe das immer Zum Golem gesagt Aber so beides Echt geil Ähm Golem Beschwörung Kriegt man Indem man halt Wie gesagt Das Zettelspielchen Von Asgars Schloss Macht Und Wie gesagt Ähm Dämon Kriegt man Indem man Einfängt Halt Bei Pfarrer Ustra In der Pyramide Wunderbar Super Hier können wir Ihr nicht Und wenn schon Sie waren Nur ein Unnützer Mensch Jo Nein Schottenherrschaft Ich wollte eigentlich Ich bin Egal Schade 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 ich dachte, ich könnte mir so einen Lümmel abklatschen. So, machen wir nochmal Schottengeister. Nichts betroffen. Na gut, dann halt traditionell auf die große Oma. Sollte der Käse gegessen sein. So, ähm... Jetzt mal ganz kurz überlegen. Ähm, ja, die Alain müsste jetzt eigentlich auch mal wieder anfangen. Wallenerreichel 45, geil. So, die Alain müsste mal anfangen, die Leute hier zu heilen. So, ich weiß nicht, ob ich den Dämon... Ne. Wenn die MP des Dämones leer sind, sind sie leer. Okay. Ähm... Okay, schön, dass Aska ein bisschen schneller ist als Wallener. Scheiße. Na gut, dann mach ich's anders. Angriff, Angriff, Blutsaugen und Angriff. Der müsste eigentlich auch bald... Müsste sich eigentlich auch bald auflösen. Ich glaub, Dämon-Beschwörung hab ich nur 60 Sekunden. Oder 50 sogar nur. Alain 45, super. Ich kann jetzt auch bald neue Zauber lernen. Mh... Ja. Okay. Ich will aber trotzdem ohne Dämon hier nicht rumlaufen. Will mich hier nochmal umgucken. Wenn schon, denn schon. Wer weiß, was es in den Truhen noch gibt. Yes. Haha. Da war es nur noch einer. Ein kleines Bandenmitglied läuft hier blöd herum. Mh... Da kommt der Aska allein und Wallener und bringt den Band den Typen um. Yay! Haha. Gut, der Part geht jetzt ein bisschen länger. Von daher, ich glaube nicht, dass diese... Ähm... Dass diese Gesangseinlage irgendjemand hört. Ist halt nun mal so. Alter, der ist ganz schön stark. Da muss ich echt aufpassen, wenn ich hier alles nochmal angucken möchte. Aber dann ist das so. Was? Wie ist es Staub? Oder Eisstaub. Eisstaub. So, Fertigkeit. Der Dämon braucht keine Heilung, weil der sich sowieso nach ein paar Sekunden auflöst. Von daher... Ah, hier oben ist noch eine Truhe. So, mal gucken, wie viele Pingsbums die haben. Und für Blut zum Trinken... Da fühlt sich sie fast gar nichts. Dafür, dass die so stark sind, hätten wir denen ruhig mehr geben können. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das ist ein bisschen enttäuschend. Warte ich nicht. Ist meistens so, dass ein besonderer Gegenstand hier nur rumeiert. Überraschenden Gegner. Perfekt. So, ähm... Blutsaugen und Blutsaugen und Blutsaugen und Schattenherrschaft. Machen wir einfach mal die Gruppe stärken, da wir die Gegner überraschen. Ich wollte jetzt nicht die Schattenleiste rufen, im Fall, dass die 1, 2 von den Viechern killen. So kann ich nämlich meine Gruppe nochmal ein bisschen auftanken. Gut, nicht mit der Hoffnung. Perfekt. Ich glaube, der linke hat ordentlich auf die Ommel gekriegt. Jawohl, das stimmt, die blüten ja alle. Das ist gut. So, der Dämon kriegt durch Eisenmangel natürlich extremst schaden. Es ist schade, dass die Elaine keine Beschwörung kann. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn die so Tiere oder so... Ähm, okay, Glitchy, aber... So. Alles klar. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde ja ganz gerne... Ja, einen Drang der Ewigkeit würde ich ungern an so einem Dämon ähm... ver... geuden. Das habe ich gemeint. Das war nicht so schlau. Weil jetzt hat nämlich einmal nichts... Also egal, Asuka ist auch Level 45. Fliegen. Ihhh... Ihhh... Ansonsten gibt's hier nichts, ne? Hier gibt's noch... Blauer Stein. Ja, geil. Geil-O-Matico. Kann ich dem Weinen ja schon fast... Blut saugen. Dahin. Ich lasse die ganzen Jungs nochmal... Nur die Dame nochmal Blut saugen. Im Fall, dass die Schattengeister niemanden treffen. Ja. Dann probiere ich es mich vielleicht nochmal. Es sollte aber gehen, also von daher... Ja. Ja. Das ist nicht so geil. Der müsste jetzt auch sterben, weil der ja schon ein paar Züge blutet und er weicht aus. Die kriegen ja aber ganz schön auf die Backen. Aber hier kriegt man auch richtig HP. Äh, EXP meine ich. So, Fertigkeit. Lane. Blut saugen. Der Dämon ist mir eigentlich relativ rumper. die Elayne fängt mal an Blut zu saugen. Elayne nämlich als Heilerin. Kein Kommentar. Ansonsten war ich eigentlich überall. Ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Es war natürlich jetzt eigentlich gerade optimal, aber war auch das, was ich befürchtet hatte, weil der Dämon wahrscheinlich jetzt sterben wird. Ja. Kann man leider nichts machen. Aber zum Glück habe ich eben nochmal geheilt. sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, Scheiße, auch des Todes. Äh, hoffentlich kriege ich jetzt einen hinüber. Fuck! Fuck! Es ist doch unglaublich. Es ist doch sowas von fucking unglaublich. Alter! Leute, ich bende den Part und dann spiele ich das nochmal nach. Es ist doch so eine Last. Fuck! Das hätte ich nicht gedacht. Oh, Scheiße! Bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein!